Sechs Jahre schon feiert Abraham Hitsch das Murzi-Festival. Murzi auf Deutsch Sturm, so wird der Junge noch nicht gegorene Wein genannt. Anlass genug, die Hoffnung auf einen guten Wein gebührend zu feiern. Fantasie vorgeschmuckte Wagen, Pferdekutschen, Musikgruppen und lustig kostümierte Menschen schlängeln sich durch die engen Straßen der kleinen Gemeinde am Ballaton. Die Anwohner verköstigen die Teilnehmer unterwegs mit Bogaccia, Schwarzbrot, Wein und anderen Köstlichkeiten. Am Sportplatz die verdiente Pause und nochmalige Stärkung, überbrückt durch ein umfangreiches Kulturprogramm. Applaus 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 Das ist eine große Herausforderung. Christus am jungen Alter. Amen.